Im Jahr 1979 ist die Firma Settglasbau gegründet worden und hat sich dann kontinuierlich weiterentwickelt und beschäftigt heute 25 Mitarbeiter. Ab der ersten Kontaktaufnahme stehen wir unseren Kundenberaten zur Verfügung, damit sie ihre eigenen Vorstellungen visualisieren können und unsere kompetenten Mitarbeiter realisieren dann ihre Glasbauwünsche. Detailabklärungen, aber auch individuelle Beratung vor Ort gehören in der Angebotsphase selbstverständlich zu unseren Dienstleistungen. Massaufnahme mit modernsten Mitteln, aber auch das Erstellen der nötigen CAD-Zeichnungen und natürlich auch die Montage durch unser professionelles Personal sind bei uns feste Bestandteile der Auftragsabwicklung. Der im Jahr 1989 bezogene Neubau bietet neben die grosszügigen Lagermöglichkeiten und einer modernen, zuschnittlich Möglichkeit, innert Stundenfrist Glas auf Mass bereitstellen. Dank unserer langjährigen Erfahrung ist uns kein Aufwand zu gross. Unseres Lieferprogramm umfasst Brandschutzgläser, Sanierungen von Grossobjekten, Sicherheitsgläser, Glaskländer, Duschen, Spiegel, Ganzglasanlagen, Eingangspartien und Küchenrückwände. Beim Glas haben wir den Durchblick. Mikro folge infertabe zaglamento 0 Im 확인 des